Hallölichen und weiter mit Mario Smash Football. Jetzt gegen Wario und das ist auch einer der ersten, wenn ich mich nicht verguckt hab, Platz 2 mit 6 Punkten, tatsächlich. Wir sind erster Platz auch mit 6 Punkten, aber da wir nun mal kein Computer sind, sind wir an erster Stelle. Ist doch logisch. Ist doch witzig. Oh, Kongarena suckt. Das ist gar nicht so schlecht. Oh mein Gott, wenn er drin gewesen wäre, ich hätte Blizzard, äh, Blizzard sag ich schon. Ich bin echt ein Freak. Ich hätte Nintendo so gefickt. Ne, der geht nicht rein. Der kann gar nicht. Guck. Okay, Wario spielt sehr aggressiv, so hab ich das mitbekommen hier. Aber das ist mir ziemlich da auf, denn ich muss gewinnen. Ich muss meine Ehre präsentieren und ihn einfach umficken. Und irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Torwarte, Torwarte? Anders sind bei den verschiedenen Mannschaften, weil, kann ich mir einfach nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das wäre viel zu unlogisch. Ich denke mal, jeder Torwart ist gleich und hat genau die gleichen Stärken wie Macken, weil sonst wäre das einfach unfair, finde ich. Du konntest ja auch nirgendwo nachlesen, dass die Torwärts anders sein sollten oder dürften oder wie auch immer. Deshalb kann das nicht sein! Boah, der geht auch nicht, du Depp, Alter. Solche Schüsse könne man nicht rein. Weil er mit beiden gar nichts trifft. Und hoch und weiter eben. Ach, scheiße. Und auf. Ich möchte mal den Torwart betäuben und dann... Na, komm schon. Oh, perfekter Torwart, Alter. Guckt euch den an. Perfekt ins Eck und dann... Wompack, wow, wow. Tschüss. Das war mal ein Schuss, wie er sein muss. Hallo? Wieso kann ich nicht... Lol. Oh, nein, gib ihn doch mal bla 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 bla. Ich vergesse immer, dass ich kommentieren während des Spielens, weil es mich einfach so packt. Sorry, aber das ist einfach so. Oh, mein, der muss doch noch... Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Der müsste locker gehen, Mann. Was ist das denn für den Käse? Bombo. Okay, das war doof. Spreng noch die Arena weg, Alter. Kicken und weiter natzen. Pass und schieß. Und schieß. Wieso gibt es eigentlich in Deutschland keinen Taco-Laden? Tom! Keine Ahnung. Taco Bell oder so, wer das für wäre. Okay, pass ab. Ausweichen. Nein! 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 1,1. Das ist aber kein Problem, denn jetzt mache ich einfach einen Superschuss. Jetzt ist mir eh alles egal. Aua, warum? Ich habe doch... Das glaube ich nicht. Das glaube ich nie. Das... Wie, Warte, Warte! Mario Lupft, der Bohr, Alter. Was für ein Arschgeige. Ich werde den Freezer benutzen. Aber okay, hatte Gott nicht. Oh my God. Aber er führte, damit kann ich wirklich leben. Seht ihr, ich wusste, dass er den Freezer benutzt. Ich muss jetzt ein Tor machen. Am besten mit Mario, damit ich gleich führen kann. Oh nein. 30 Sekunden, um mein Tor zu machen. Ich habe keinen Bock, jetzt ein Turnier zu verlieren, wegen so einer Kacke, man. Das ist scheiße. Das ist eine Übelstkacke. So, jetzt habe ich voll viel Platz für einen Superschuss. Komm schon. Perfekt. 3 zu 2, Digger. Feuer! Boom! Destroy! Destroy! 3 zu 2. Guckt euch das an. Boom! Bash! Slam! Dash! Jetzt muss ich nur noch ausharren. Und kein Tor kassieren. Hier ist mein Wayne. Ich habe gewonnen. Das war also, das war wirklich, ja, das, ja, das war echt knapp, Mann. Da hat mir der Superschuss echt nochmal den Arsch gerettet. Ja, da habe ich nicht voll, Alter. Mario ist echt ein aggressiver Spieler, muss man sagen. Ja, also muss man, also muss man schon, muss man schon sagen, ja. So, wir sind jetzt, ach, Yoshi ist gut. Seht ihr? Ich spiele jetzt auch gegen Yoshi. Ja. Und spiele natürlich mit Mario. Es ist schade, gegen Yoshi zu spielen. Weil eben war noch mein Favorit, dann spiele ich mit Mario. Und nur weil ihr das wolltet, ist ja auch okay, aber es fühlt sich falsch an, wisst ihr. Ja. Fühlt sich falsch. Ja. Dolph. Dolph. So, let's go, let's play. Damage-making. Destroyed. 2-0. Hahaha. Ich bin ein Arsch, aber das ist mir egal. Feuer frei. Rümmst die Bode weg. Biep. Destroyed. Destroyed. Bam. Ach, der spielt auch mit Todd, das ist aber nicht so schlau. Weil schwarze Tods zu geben, Unglück. Pass und Pass. Autsch. Armer Yoshi, ey, ich führe jetzt schon 2-0, halt damals schlau. Ich gucke irgendwie die ganze Zeit auf die Tods von Yoshi, aber irgendwie, naja. Ach, Fick dich. Er hat mich ausgenockt, aber das kann ich auch. Fick dich doch mit deinem komischen Item, Bob. Danke für die Ball-Annahme. Au, wie viele Items hat er denn noch? Hallo? Eie, wie viele Items hat denn der? Komm schon, jetzt in die Geh-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo-Blo. Äh. Mario, man stellt sich in mein eigenes Bild. Oh, Destroyed. Destroyed. 3 zu 1. Passt doch. So. Oh, Mann. Und, nimm den Ball, nimm den, nimm den, nimm den, blab, blab, so. Ich darf mein Item nicht so früh verschwenden, das wird sonst später richtig schwer. Ich führe zwar jetzt, aber hätte ich meinen Superschuss nicht, hätte ich jetzt erst 1-1 den Ausgleich bei Yoshi vor mir ein Tor gemacht hat. Oh, Mann, immer diese knappe Scheiße, das bockt mich. Autsch. Autschi. Und römst die Bude. Weg. Alter, geht's noch? Ich will auch mal wieder den Ball haben, eventuell. Und schieß. Ach, schade. Schöner verrückt, hier, aber. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mütter, das gibt's doch nicht. Fick dich. Fick dich nicht ins Gesicht auf. Boah. Boah. Das doof. Ich hab nix getan. Ich hab nix getan. Ich hab nix getan. Wenn man gerne Bier trägt. Jetzt war aber behindert. Ach, man darf die nicht ganz voll abziehen, dann ist das ein Betäubungsschuss, glaube ich. Ich glaube, ich erinnere mich wieder. Hallo, nicht. Ah, ah, nö. Nö. Boah. Destroyed. Latten und Posten rein. Latten und Posten. Durch das an hier. Perfekt an dem Winkel rum. Und zack, drinnen die Loch. Boom. Donk. Plonk. Destroyed. Jetzt würde ich gerade mal erst führen. Oder jetzt. Boah, der war heftig, ey. Sieht man den Anstoß noch? Ne, schade. Boah, reingedreht. Ich friere alle, Team. Ich friere alles ein, außer den Gegner. Jetzt würde ich 3 zu 1 führen. Na, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Seht ihr? 3 zu 2. Und auf. 5 zu 2, Alter. Schlabberstuhl. Yeah, yeah, yeah. So, gepont. Yoshi wurde übelst geownitcht. Und zwar 3 zu 2, Schrägstrich 5 zu 2. Ha. Ha. Wir sind erster mit Abstand. Wir könnten sogar noch ein Loose einsacken. Was sehen wir dann erst im nächsten Part. Bis dann, euer Dab. Bis gleich. Tschüss. Mai, Mai. Bis zum nächsten Mal.